So, herzlich willkommen liebe Leute zu dem Video. Wie ihr im Titel außen sehen könnt, möchte ich euch in diesem Video nur informieren, was jetzt der aktuelle Stand für unseren 12 Stunden Stream ist. Und ja, morgen, am Samstag, den 4. August ist es soweit, unser 12 Stunden Stream startet. Und zwar am Samstag, den 4. August, wie gesagt, ab 18 Uhr sind wir live, streamen in die Nacht bis Sonntag, 5. August, 6 Uhr in der Früh. Das sind die Uhrseiten, die ihr euch merken solltets. Morgen, wie gesagt, Samstag, 4. August, um 18 Uhr geht's los. Und ja, ich bitte euch jetzt in die Kommentare zu schreiben, was ihr denn ganz gerne an Games hocken würdet, damit ich mir morgen mal eine kleine Liste machen kann. Und dabei wird Christoph ein Snowmister und das Trissnow sein, also und ich natürlich, also sind wir so soweit, statt wie sonst immer so dritt, ist es einfach so, weil die anderen Kollegen in Ferien weg sind, etc. pp. Aber macht's ja nix. Ich hoffe, ihr freut euch und seid einige Stunden dabei, weil es, ich glaube, ist auch der erste Softdurten-Team, wo es so viele Abonnenten gab, aber bei anderen hatten es alle noch weniger, wenn wir es pressen. Mal schauen, wie viele dauerhaft dabei sind, ich bin ja mal sehr gespannt. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch auf morgen. Es wird auch wieder einige coole Aktionen geben, ähm, wo ihr beispielsweise Bilder posten könnt und so weiter und so fort. Und es wird tatsächlich auch ein kleines Gewinnspiel geben, bei dem ich sehr stolz darauf bin, dass es funktioniert hat. Davon großes Dank an Nintendo und meinen örtlichem Milamarkt, dass es funktioniert. Aber es ist halt nix so krass, das werdet ihr morgen aber sehen. Dementsprechend, Leute, seid gespannt und freut euch auf den Softdunnen-Stream. Morgen am Dreitag, den 4. August, um 18 Uhr geht's los. Ich hoffe, ihr freut euch und seid dabei.